Moin moin meine Freunde und willkommen zurück zum Let's Play Dark Star 2 mit mir, dem Frigerius. Ja, in der letzten Folge, komm ich da irgendwie hoch? Ähm, sind wir hierher gelangt und jetzt, äh, bin ich immer noch am rumrätseln, wie wir weiterkommen wollen. Weil ich hab, ah, mh, ja, mh, ja, ne? Ja. Darauf hätte ich jetzt selber kommen können. Egal, ich hab's gefunden, also das hab ich beim letzten Mal echt nicht gesehen. Also, ihr könnt da ja denken und schreiben, was ihr wollt, aber, ne, das hab ich nicht gesehen. Ja, super. Gucken, ob ich irgendwo meinen Geist noch am besten irgendwo hin platziere. Also mein wahres Ich. Erstmal nehm ich die Seite hier mit, bevor wir es vergessen. Ja. Hä? Wir sind mir erst reingefallen, oder? Ah, super. Aber das war jetzt nicht geplant. Das war jetzt nicht geplant. Dann halt nochmal. Einmal teilen. Drehen. Okay, so, nicht. Dann halt dem runterspringen. Ach, ich springe mal nicht runter, oder wie? Interessant. Na dann. Machen wir es halt so. So. Einmal ist weiter zu drehen. Gehen wir es halt so rüber. Hoffentlich klappt's. Tut es. So. Hoffentlich reicht's von der Entfernung aus. So. So, gucken wir mal, wie weit wir kommen. So. Äh. Äh. Ja. So. Äh. Ja. So. Nee. So nicht. Hm. Immerhin war ich schon mal drüben. Das war schon mal ein guter Ansatz. Aber irgendwie hat das noch nicht so ganz funktioniert. Muss ich mich noch mal nach hinten stellen, oder so? Hm. Hm, 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 hm. Die Frage ist, muss ich, ob da hoch? Also, äh, da rüber, also direkt. Hm. Schauen wir mal. Da muss ich irgendwie hinkommen. Oh, wie machen wir's am besten? Nett. So geht's auch. So. Schade. Und was ist, wenn ich einfach mich hier instelle? So. Dann muss ich mich hier instellen, wenn das so funktioniert, so wie ich mir's vorstelle. So, hoffen, klappt das dann noch. Ansonsten ist es blöd. So. Aber das sind die Rätsel, die sich das Spiel auch ausmachen. Also, das ist schon ziemlich geil. Das muss man schon sagen. Dass man da mal ein bisschen nachdenken muss. So. Und jetzt kann ich hier auch ein bisschen weiter langlatschen. Genau. Gucken, wie weit ich komme. Ah. Aha. Na dann. Was ist das für das Ding? Interessant. So. Sonst da oben kam ich glaube ich nicht weiter, oder? Ne. Da kam ich nicht weiter. In keinster Weise. Gut. Na dann. Interessieren. So. Dann. Äh. Ja. Ah. Jetzt. Dann gehen wir mal zurück, ne? So. Ähm. Da. So. Jetzt haben wir die Laterne. Da war das Ding. Äh. Äh. Ich hab mir jetzt gemerkt, dass ich die Laterne hin musste. Dann wär ich schon ein Stück weiter. So. Mal auf die Karte gucken, ob ich mich da irgendwann erinnere, wo ich, äh, mal gewesen bin. So. So. Ähm. Da komme ich her. Hier sieht gut aus. Wo meine Rabe ist. Also erstmal hier rein. Okay. Kann ich mich irgendwie rüberwerfen oder so? Nein, brauche ich auch gar nicht. Ich stehe die einfach hier hin und... Hol mir die so rüber. Guck mal, so macht man das. Hehe. So, komm ich da rüber. Und jetzt so mach ich die Tür auf. Ja, erst mit der Tür auf, bevor man vergisst, dass man hier so ein Ding, so eine Karte noch mitnehmen möchte oder so. Das wäre ja nicht so gut, ne? So, und jetzt kann ich mich mit anderen Typen kümmern. Und nochmal. So. Interessant, interessant. So. Drüben sind wir. Ich will da nicht rein. Das hört sich böse an. Ähm. Alles klar, dann gehen wir hier hoch. So. Dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Oh, hinten fliegen schon so splitterlang. Auch nicht schlecht. So. Oha. Oha. Man kann's ja auch nicht noch schwieriger machen, ne? So. Und jetzt hier rüber. Ha. Äh. Da ist die Truhe. So. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und ab durch die Mitte. Was ist das? Keine Ahnung. Auch egal. Da komm ich nicht durch. Da komm ich nirgends hoch. Dann bleibt wohl nur der... ...Weg, ein Geist mit vorbei. So, komm, meine Freundin. Stirb. Ja, ja. Komm schon her. Ey, brav. Komm, zieh dich doch nicht so. Ja. So. Gebt Ruhe. Da weine ich noch eine. Aha. So. Kann ich mich hier nicht drauf... ...ne. Na dann. So. Dann halt anders. Ja. Dann. Nehmen wir mal die Bombe mit. Das bringt nichts. Gut. Ist gut zu wissen. Ah. Aha. Gut zu wissen. So. Dann stelle ich mich jetzt mal hier so hin. Dann habe ich mir jetzt einen Überblick. So. Geht's hier rüber. So. Geht's da wohl hin? Ah. So komme ich dann zurück zum Schalter. Interessant. So. Das bringt mir mehr schade oder so. Interessant. Egal. Sterb einfach. Sterb. Sterb, 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 sterb. Kommt. Kommt. Ihr geht mir auf den Keks. Äh. Ist klar. Ich grippe hier natürlich, weil ich nichts aushalte wahrscheinlich. Und auch keinen Schaden mache, weil ich da ja nicht meine Ich-Gestalt bin. Ich würde es ein bisschen falsch vorgegangen. Ich hätte da ins Einfach, äh. Oh. Super. Von vorne. Na toll. Super. Dann gehen wir nochmal auf die Mitte. Mitte, 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 Mitte hier drauf. So. So. Nochmal hier hoch. Dann nochmal da dran. So. Habe ich mir vollkommen falsch vorgegangen. So. Komme ich nämlich auch hier rüber und dann wieder zurück verwandeln muss. Und jetzt. Haha. Weiß ich auch, wie es geht. Gut, ne? So. Haha. Gut, meine Freunde. Denn das war's auch schon für diese Folge. Wir sehen uns stets in der nächsten. Also, ja. Macht's gut und bis dahin. Ciao. Ich,ортier. ? 源泪? Untertitelung des ZDF, 2020